hallo ihr lieben ich grüße euch heute möchte ich mit euch diesen schönen läufer häkeln natürlich kann man das muster auch als decke häkeln also zum beispiel 80x80 überhaupt kein problem das muster ist relativ einfach das läuft über fünf reihen am anfang und wenn ihr die ersten fünf reihen gehäkelt habt dann wiederholen sich die reihen zwei bis fünf die werden dann stetig immer wieder wiederholt bis man die länge erreicht hat zum schluss gibt es dann eine abschlusskante und dann ist der läufer auch schon fertig okay auch noch mal in info zu facebook und zu instagram natürlich könnt ihr mich da auch finden auf facebook auch ganz normal unter hegel freuden und auf instagram unter hegel freuden unterstrich 2019 okay ihr lieben dann fangen wir an und auf los geht's los so dann wollen wir mal anfangen wir beginnen wie immer mit unserem altbewährten knoten und wir brauchen eine maschenanzahl die durch 9 teilbar ist und zum schluss dann noch mal fünf maschen hinzu das heißt teilbar durch 9 plus fünf okay ich hegel hier eine läufer mit 9 mal 4 das heißt 36 maschen nehme ich jetzt auf und zum schluss kommen plus fünf maschen hinzu heißt insgesamt 41 maschen nehmen wir jetzt auf 1 2 3 4 5 40 und 41 wir haben jetzt 41 maschen aufgenommen und beginnen jetzt mit reihe 1 für die reihe 1 nehmen wir noch mal drei luft maschen auf das ist unser ersatzstäbchen wir nehmen uns einen umschlag und wir stechen jetzt in die 6 luft masche ab nadel 1 2 3 4 5 in die 6 masche stecht ihr ein holt den faden und hegelt ein stäbchen ihr holt den faden und geht durch die ersten beiden schlaufen nochmal faden holen und durch die letzten beiden schlafen wir machen jetzt drei luft maschen einen umschlag und wir stechen nochmal in dieselbe masche ein in dieselbe masche nochmal einstechen faden holen und noch ein stäbchen häkeln wir machen wieder drei luft maschen einen umschlag und wir lassen jetzt die nächsten beiden luft maschen frei 1 2 und in die dritte stechen wir ein und häkeln ein stäbchen jetzt machen wir keine luft maschen sondern nehmen uns nur den umschlag wir lassen aber wieder zwei maschen frei 1 2 gehen wieder in die dritte masche und häkeln da ein stäbchen wir machen wieder drei luft maschen einen umschlag wir lassen hier wieder zwei maschen frei 1 2 und wieder in die dritte masche einstechen und ein stäbchen häkeln jetzt kommen wieder drei luft maschen umschlag und wir gehen wieder in dieselbe maschen und häkeln da noch mal ein stäbchen wir machen wieder drei luft maschen wir lassen wieder zwei maschen frei 1 2 in die dritte stechen wir wieder ein und häkeln und häkeln ein stäbchen wir hatten jetzt ein v vorher gehekelt hier mit drei luft maschen und jetzt sind wir wieder an der stelle wo wir das stäbchen häkeln wieder einen umschlag machen zwei maschen frei lassen und wieder in die die dritte masche einstechen und da auch wieder ein stäbchen häkeln und dann kommen wieder drei luft maschen und das machen wir die ganze reihe also immer im wechsel ein wir häkeln ein v dann häkeln wir das v verkehrt rum ja und wieder ein v und wieder ein v verkehrt rum und dazwischen häkeln wir drei luft maschen und beim v bei dem ordentlichen v kommen auch drei luft maschen dazwischen ja okay dann bis gleich so wir sind jetzt am ende der ersten reihe angekommen da haben wir jetzt hier noch ein v gehäkelt und haben wir hinten jetzt noch zwei maschen frei und dann nehmen wir uns einen umschlag Wir häkeln keine drei Luftmaschen mehr jetzt hier beim V, sondern nur den Umschlag und gehen in die letzte Masche und häkeln ein Stiebchen. So, und dann haben wir die erste Reihe von unserem Tischläufer geschafft. Kommen wir zur Reihe 2. Die zweite Reihe beginnen wir mit drei Luftmaschen, 1, 2 und 3 und wir wenden. Nehmen uns einen Umschlag, wir gehen jetzt hier über das erste Stiebchen von unserem V, stechen wir ein mit Umschlag und häkeln ein Stiebchen. Jetzt kommen zwei Luftmaschen, zwei Luftmaschen Umschlag, wir gehen über das nächste Stiebchen des Vs und häkeln wieder ein Stiebchen. Jetzt häkeln wir fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, nehmen uns einen Umschlag, wir überspringen dieses V, was auf dem Kopf steht, wir gehen rüber zu dem anderen V und stechen da über dem ersten Stiebchen ein und häkeln ein Stiebchen. Danach kommen wieder zwei Luftmaschen, Umschlag und gehen über das nächste Stiebchen unseres Vs und häkeln auch da ein Stiebchen. Und jetzt kommen schon wieder fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und 5, wir nehmen uns wieder einen Umschlag, wir überspringen das V, was auf dem Kopf steht, gehen rüber zu unserem richtigen V über das erste Stiebchen und häkeln ein Stiebchen. Dann zwei Luftmaschen, 1, 2, dann Umschlag, wir gehen über das nächste Stiebchen unseres Vs und häkeln ein neues Stiebchen. Dann kommen wieder fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und 5, Umschlag, wir überspringen wieder dieses V, was auf dem Kopf steht, gehen rüber zu dem anderen V, zu dem richtigen, gehen über das erste Stiebchen und häkeln ein neues Stiebchen. Wir machen dann zwei Luftmaschen, 1, 2, machen einen Umschlag, gehen über das nächste Stiebchen unseres Vs und häkeln ein neues Stiebchen. Dann kommen wieder fünf Luftmaschen, Umschlag, wir überspringen wieder das verkehrt rumstehende V, gehen zum nächsten V und da in das erste Stiebchen und häkeln ein neues Stiebchen. Dann wieder zwei Luftmaschen, Umschlag, noch ein Stiebchen über das nächste Stiebchen und zum Schluss ein Stiebchen hinten in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. Und schon haben wir Reihe 2 geschafft. Kommen wir zur Reihe 3. Die Reihe 3 beginnt mit fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und wir wenden. Wir nehmen uns einen Umschlag und wir gehen hier in das nächste Stiebchen, stechen wir ein und häkeln ein Stiebchen. Wir nehmen uns wieder einen Umschlag, gehen über das nächste Stiebchen und häkeln ein Stiebchen. Wir machen drei Luftmaschen, ein Umschlag, wir gehen jetzt hier wieder in unsere Fünferkette, gehen wir in die dritte Luftmasche, stechen wir ein und häkeln ein Stiebchen. Drei Luftmaschen, drei Luftmaschen, Umschlag und wir stechen nochmal in dieselbe Masche ein und häkeln noch ein Stiebchen. Und da haben wir wieder ein V. Wir machen wieder drei Luftmaschen, Umschlag. Wir sind jetzt wieder hier. Man kann das auch erkennen, als erstes ist unten ein V, was auf dem Kopf steht, dann haben wir hier sowas wie ein Rechteck und jetzt häkeln wir wieder ein Dreieck drauf. Also hier haben wir das normale V, keins, was auf dem Kopf steht. Jetzt häkeln wir ein V, was auf dem Kopf steht. Wir haben drei Luftmaschen gehäkelt, wir stechen in das erste Stiebchen ein und häkeln ein Stiebchen. Wir nehmen uns den Umschlag, wir gehen über das nächste Stiebchen und häkeln ein neues Stiebchen. So, und dann seht ihr das, ne? Also wir haben hier unten ein Dreieck, beziehungsweise unser V, ja? Dann haben wir hier sowas wie ein Rechteck gehäkelt mit den zwei Luftmaschen hier. Und dann kommt wieder bei der nächsten Reihe wieder ein Dreieck drauf, im Prinzip unser V, was auf dem Kopf steht. Okay, weiter geht's mit drei Luftmaschen. Umschlag. Und wir gehen hier wieder in die dritte Luftmasche und häkeln ein neues V, also ein Stiebchen, drei Luftmaschen und noch ein Stiebchen in dieselbe Masche. So, wir machen wieder drei Luftmaschen. So, und wir gehen hier über das Stiebchen, häkeln ein neues Stiebchen, umschlag. Wir gehen über das nächste Stiebchen und häkeln auch da ein neues Stiebchen. Und wieder drei Luftmaschen, umschlag und in unserer Fünferluftmaschenkette in die dritte Luftmasche einstechen und ein Stiebchen häkeln. Dann wieder drei Luftmaschen und dann wieder drei Luftmaschen und noch ein Stiebchen in dieselbe Masche. Und das machen wir die ganze Reihe und am Ende bin ich wieder da. Da haben wir die Reihe drei. So, wir sind am Ende der Reihe drei angekommen. Wir haben hier nochmal unser Dreieck gehäkelt und nehmen uns jetzt einfach den Umschlag, stechen in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens ein und häkeln ein Stiebchen. Ja, okay, dann haben wir Reihe drei geschafft. Man sieht schon die Kreise, man kann auch sagen, sieht ein bisschen aus wie Weihnachtskugeln. Und kommen wir zur Reihe vier. Die Reihe vier beginnt mit acht Luftmaschen. Die setzen sich zusammen aus drei Luftmaschen für das Ersatzstäbchen und dann unsere fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also insgesamt acht Luftmaschen häkeln und wenden. Wir nehmen uns den Umschlag und wir überspringen hier das Dreieck. Das V, was auf dem Kopf steht, überspringen wir. Und wir gehen rüber zu unserem richtigen V in das erste Stäbchen. Wir über das erste Stäbchen einstechen und ein neues Stäbchen häkeln. Wir machen zwei Luftmaschen, Umschlag und gehen über das nächste Stäbchen und häkeln ein neues Stäbchen. Dann kommen wieder fünf Luftmaschen, Umschlag, wir überspringen wieder dieses Dreieck hier und gehen rüber zu unserem Fauch in dieses erste Stäbchen und häkeln ein neues Stäbchen. Wir machen zwei Luftmaschen, Umschlag und wir gehen über das nächste Stäbchen und häkeln auch da ein neues Stäbchen. Und dann kommen wieder fünf Luftmaschen. Wir überspringen wieder das Dreieck und gehen zum nächsten V. Machen zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen über das nächste Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe. Und dann bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, wir sind am Ende der Reihe vier. Ich habe jetzt hier schon die fünf Luftmaschen gehäkelt. Wir überspringen dieses Dreieck mit einem Umschlag und wir stechen hier hinten in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens ein und häkeln ein Stäbchen. So, da haben wir die Reihe vier. Kommen wir zur Reihe fünf. Die Reihe fünf beginnt mit drei Luftmaschen und wir wenden. Wir nehmen uns einen Umschlag und wir gehen jetzt hier wieder bei unseren fünf Luftmaschen in die dritte Luftmasche und häkeln ein Stäbchen. Dann kommen drei Luftmaschen, Umschlag, und wir häkeln in dieselbe Masche noch ein Stäbchen. Das ist der Anfang der Reihe fünf. Dann kommen drei Luftmaschen, Umschlag, jetzt gehen wir hier wieder drüber und häkeln unser V, was auf dem Kopf steht, das heißt ein Stäbchen über das Stäbchen der Vorreihe, Umschlag, und in das nächste Stäbchen auch noch ein Stäbchen, sodass wieder ein V bzw. ein Dreieck entsteht. Ja, dann kommen wieder drei Luftmaschen, Umschlag, wir gehen wieder in die dritte Luftmasche unserer Fünferreihe der Vorreihe, also in die Fünferluftmaschenkette der Vorreihe, stechen wir in die dritte Luftmasche ein, häkeln ein Stäbchen, wir machen drei Luftmaschen, Umschlag, und wir gehen nochmal in dieselbe Masche und häkeln noch ein Stäbchen. Wir machen wieder drei Luftmaschen, und wir häkeln jetzt hier über dieses wieder ein Dreieck bzw. ein V, was auf dem Kopf steht. Wir machen wieder drei Luftmaschen, und wir gehen wieder in die dritte Luftmasche der Fünferkette, machen drei Luftmaschen, und nochmal in dieselbe Masche stechen. So, das macht ihr die ganze Reihe, und am Ende der Reihe bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. Wir sind am Ende der Reihe angekommen, wir haben hier nochmal drei Luftmaschen gehäkelt, nehmen uns den Umschlag, und gehen auch hier in die dritte Luftmasche unserer Fünferreihe. Im Prinzip ist das die Luftmaschenkette mit den acht Luftmaschen, die wir in der Vorrunde am Anfang gehäkelt haben. Wir machen wieder drei Luftmaschen, Umschlag, wir gehen nochmal in dieselbe Masche, häkeln ein Stäbchen, und nehmen uns einen Umschlag und stechen in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens ein und häkeln ein Stäbchen. Und schon haben wir die Reihe fünf geschafft. So, und dann seht ihr, dass das immer im Wechsel dann, der nächste Kreis ist dann hier drüber, ja, dass sich dadurch durch die verschiedenen Anfänge sich die Kreise verschieben. Okay, ihr Lieben, jetzt häkelt ihr die Reihe zwei bis fünf immer in Wiederholung, ja. Ihr fangt jetzt im Prinzip mit der Reihe zwei an, und die beginnt wie folgt mit drei Luftmaschen, wir wenden Umschlag und wir gehen hier über dem V in das Stäbchen, in das erste Stäbchen vom V und häkeln ein Stäbchen. Dann macht ihr zwei Luftmaschen, Umschlag und geht über das nächste V, ja. So, und schon macht ihr wieder fünf Luftmaschen. So, ihr überspringt wieder das V, was auf dem Kopf steht, nehmt euren Umschlag und häkelt hier wieder über dem normalen V, über dem ersten Stäbchen ein neues Stäbchen. und wieder zwei Luftmaschen und über das nächste Stäbchen, ja. Also das ist im Prinzip dann Reihe zwei, wo ihr weitermachen müsst. Ich habe euch das hier oben immer angezeigt, welche Reihe gerade erklärt wird, ja. Dann kommt ihr ganz gut zurecht, denke ich, könnt euch wieder, könnt wieder zurückspulen, wenn ihr müsst, und findet schnell die Frequenz, also die, ja, ihr wisst, was ich meine, welche Reihe ihr benötigt. Also, wie gesagt, hier oben, hier, da, steht, welche Reihe wir gerade häkeln. Und da könnt ihr dann immer wieder, ab Reihe zwei bis fünf, wird immer wiederholt, bis ihr die Länge eures Läufers erreicht habt und wenn wir das geschafft haben, bin ich wieder da und zeige euch die Abschlusskante, ja. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Häkeln und ich sage mal, bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe meine Länge erreicht von dem kleinen Läufer. Es ist wirklich nur ein kleiner Läufer, soll auf ein Regal und von daher bleibt er auch so klein, ja. Ich habe insgesamt, wenn ihr wissen wollt, wie viele Mustersätze quasi ich gehegelt habe, dann fangt ihr unten an zu zählen und immer hier so im Wechsel. Also, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. Ich habe quasi fünfzehn mal, ja, die Weihnachtskugeln gehegelt, ja, also die Kreise. So, okay, jetzt fangen wir an mit der Umrandung. Ähm, da, das ist erstmal ganz einfach, wir machen eine Luftmasche und häkeln hier, ja, also wir fangen an, hier rein zu häkeln und häkeln feste Maschen. Wir häkeln hier zwei feste Maschen rein. So, dann haben wir ja hier eine Masche. Da machen wir auch eine feste Masche rein. Dann haben wir wieder eine Lücke. In die Lücke kommen wieder zwei feste Maschen. Dann haben wir hier wieder eine Masche, da stecht ihr ein, häkelt eine feste Masche. Dann haben wir hier die Lücke, da kommen auch zwei feste Maschen. Dann haben wir hier wieder eine Masche. Hier so, gell? Häkelt er direkt rein. Und dann wieder zwei feste Maschen. Also in die Lücken immer zwei feste Maschen. Und dann kommt ja so, hier die Masche, ja. Da stecht ihr ein, wieder, das ist immer der Übergang zur nächsten Reihe, ja. Und wieder in die Lücke zwei feste Maschen. Und dann wieder ein Übergang, da stecht ihr direkt in die Masche ein. Und häkelt er auch feste Maschen. Dann wieder in die Lücken, je zwei feste Maschen. Dann wieder ein Übergang, da direkt in die Masche stechen. Feste Masche. Und wieder in die Lücke zwei feste Maschen. Und das macht ihr die ganze Runde, bis ihr wieder am Anfang angekommen seid. Also bis hier vor, ja. Also ringsrum häkeln, feste Maschen. Und wenn wir hier angekommen sind, bin ich wieder da. Und dann zeige ich euch noch die letzte Runde für die Abschlusskante. Und dann haben wir den Läufer auch schon geschafft. Okay, ihr Lieben. Also jetzt erst mal ringsrum mit festen Maschen. Und dann bin ich wieder da. So, dann bis gleich. So, wir sind jetzt mit der Runde rum. Mit den festen Maschen. Und wir beenden die Runde hier vorne in der ersten Masche mit einer Kettenmasche. So. Und jetzt kommen wir zur letzten Runde von der Abschlusskante. Dafür machen wir eine Luftmasche. Wir stechen nochmal in die Masche ein. holen den Faden und machen eine feste Masche. Jetzt kommen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag. Und jetzt stechen wir mit dem Umschlag in die feste Masche ein. Direkt in die feste Masche einstechen. Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Wieder Faden um die Nadel. Und wir stechen nochmal in die feste Masche ein, die wir gerade gehegelt haben. Und häkeln noch ein Stäbchen. Wir haben jetzt hier im Prinzip drei Stäbchen. Wir haben drei Luftmaschen. Das ist ein Ersatzstäbchen. Und nochmal zwei Stäbchen in die feste Masche, die wir gerade gehegelt haben. Ja. Okay. Wir lassen jetzt zwei Maschen frei. Eins, zwei. Und in die dritte Masche stechen wir ein. Holen den Faden. Häkeln wieder eine feste Masche. Und jetzt geht es weiter wieder mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Dann wieder Faden um die Nadel. Wir stechen jetzt hier in die feste Masche ein. Und häkeln ein Stäbchen. Wir nehmen uns wieder einen Umschlag. Hups. Einen Umschlag. Und wir stechen nochmal in die feste Masche ein. Und häkeln wieder ein Stäbchen. Wir lassen wieder zwei Maschen frei. Wir gucken, wo haben wir reingehäkelt. Hier haben wir reingehäkelt. Wir lassen jetzt eins, zwei Maschen frei. Wir gehen in die dritte Masche. Und häkeln eine feste Masche. So. Wir machen drei Luftmaschen. Einen Umschlag. Wir gehen jetzt direkt in diese feste Masche. und häkeln ein Stäbchen. Und wir machen auch noch ein zweites Stäbchen in dieselbe feste Masche. Und dann lassen wir wieder zwei Maschen frei. Eins, zwei. In die dritte stechen wir wieder ein. und häkeln wieder eine feste Masche. Wir machen wieder drei Luftmaschen. Faden um die Nadel. Und wir stechen wieder in die feste Masche ein. Und häkeln ein Stäbchen. Und noch ein zweites Stäbchen in die feste Masche. Und dann sieht die Abschlusskante so aus. Und das macht ihr ringsrum. Auch wieder ringsrum. Und wenn wir hier angekommen sind, bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt mit der Runde auch rum. Wir sind jetzt hier am Ende. Und da stecht ihr einfach hier am Anfang in die feste Masche nochmal ein. Holt euch den Faden und beendet die Runde mit einer Kettmasche. Macht eine Luftmasche. Zieht fest. Zieht den Faden ein bisschen raus. So, dass ihr genug Faden habt zum Vernähen. Schneidet ab. Und das Deckchen ist soweit fertig, dass ihr es spannen könnt. Jetzt müsst ihr euch das schön spannen. Also wirklich schön spannen. Dann schön mit Sprühstärke einsprühen. Trocknen lassen. Und euer Deckchen ist fertig. Ich finde das ist richtig schön. Also mir gefällt das wirklich richtig 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 gut. Und ich finde das sieht auch so ein bisschen aus wie Weihnachtskugeln. Okay ihr Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Schauen. Ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir das Deckchen zu hegeln beziehungsweise den Tischläufer. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann klickt einfach auf Abonnieren. und auf die Glocke nicht vergessen. Dann erfahrt ihr immer, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal.